Aber abgesehen von den objektiven Problemen und manchmal auch richtig, ganz ehrlich gesagt, von eigener Ungewandheit, schlägt unter anderem allen das starke, lebendige Herz Russlands. 2007. Sie haben es gemacht, geben Sie mir Zeit, das zu beantworten. Sie haben es gemacht, was Sie wollten, jetzt lassen Sie uns in Ruhe, geben Sie mir Zeit, das zu beantworten. 2012 год. Putin говорит предложениями из ряда учебной программы 5-го класса общеобразовательной школы, да и произношение оставляет желать лучшего. Es ist ein Räder, das ist ein Räder. Ja. Räder und Räder sind ein Räder. Es ist ein Räder. Es ist ein Räder, das ist ein Räder, das ist ein Räder. Da soll eingeschüchtert werden. Ich glaube, Sie schüchtern die deutsche Öffentlichkeit ein. Es passiert doch gar nichts Ähnliches und man muss die Menschen nicht einschüchtern. Man muss objektiv die Entwicklungen beleuchten. Und was ist denn die objektive Beleuchtung? Ende vergangenen. Und als er sagt, Putin wieder mit dem Räder sagt, wird er wieder mit dem Räder. Nach unserem Verständnis funktioniert... Bis zum nächsten Mal.